Und achten Sie jetzt auf Thomas Kraft. Will Philipp Lahm anspielen, dazwischen Aikler. Und er macht das 1 zu 1. Was für ein Tor. Unglaublicher Treffer für Christian Aikler. Aber auch ein unglaublicher Fehler von Thomas Kraft, der sich gleich bei den Kollegen entschuldigt. Blattbacher rücken jetzt. Nach 10 Minuten zum ersten Mal ein bisschen raus. Reus. Tor. Riesenfehler von Manuel Neuer. Und Marco Reus macht das Tor. Was haben wir gesagt? Die blauern auf den Fehler. Genau. Und das ist natürlich das Tor geht ganz klar auf Manuel Neuer's Kappe. Das ist ein svil woher. Jetzt bin ich. bal. Diericam. 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 Vielen Dank.